St. Pauli, den Klassenerhalt nun ganz, ganz gut. Das ist es, nein! Das ist gut, und Tor! Holger Stanislavski, auch für ihn ganz sicher, einer der bittersten Momente in der Karriere. Bei den Braun-Weißen. Und dann wollen wir den Kapitän des FC St. Pauli auch mal hören. Roy Kurman, bitte. Ich weiß natürlich, dass das eine ganz derbe Klatsche war. 1 zu 14 Tore, kein Sieg. Was geht jetzt in Ihnen vor, direkt nach dem Schluss? Ich glaube, die Frage brauche ich nicht beantworten. Ich glaube, es kann sich jeder vorstellen, was in einem vorgeht. Wenn man am Tiefpunkt angelangt ist, das war heute der Tiefpunkt. Ich hoffe es zumindest, weil für mich persönlich war es absolut der Tiefpunkt heute. Haben Sie irgendeine Erklärung dafür? Nicht zu sagen, der Trainer hat uns versucht gut einzustellen. Für den Trainer tut es mir leid, muss ich ganz ehrlich sagen. Für die Zuschauer tut es mir leid. Was bei uns im Moment los ist, ist einfach desolat. Und wenn wir das nicht schnell absteigen, dann sind wir zur Halbserie abgestiegen. Die Fans, alle, glaube ich, haben Angst um den FC St. Pauli. Dass er durchgereicht wird. Gibt es da eine Hoffnung? Jetzt, direkt nach dem Spiel, nach so einer Klatsche, kann ich nicht von Hoffnung reden. Da kann ich nur sagen, das war desolat. Das war katastrophal. Es muss ja weitergehen. Wir können dann jetzt nicht sagen, wir melden die Truppe ab. Obwohl das wahrscheinlich momentan das Beste wäre, so wie wir Fußball spielen. Aber wir müssen uns irgendwie zusammenraufen. Wir müssen irgendwie versuchen, dass wir... Wir haben es nach den ersten beiden Spielen auch schon gesagt. Wir wollen nicht mehr so desolat spielen, so katastrophal. Das wäre jetzt nochmal ein Höhepunkt obendrauf. Trotzdem, mit Filipkowski? Klar, was kann nicht. Ich glaube, kein Trainer der Welt kann im Moment etwas dafür, wenn man so beschissen Fußball spielt. Das hat auch mit Fußball nichts zu tun. Ich schäme mich für den Beruf Profifußballer momentan. Schäme mich nicht. Dankeschön.